Hey Freunde, damit kommen wir zum NoSuite Summer Auftrag. Tritt ein Strandball und einen großen Strandball. Wie ihr hier auf der Karte seht, haben wir hier mehrere Möglichkeiten, das zu erledigen. Ich in meinem Fall fange jetzt hier ganz rechts auf der Seite an und bewege mich dann einfach am Strand entlang. Wie gesagt, fange ich hier ganz rechts an, denn dort haben wir einen großen Strandball. So, in meinem Fall bewege ich mich jetzt hier kurz auf die Insel. Dann haben wir hier den großen Strandball. Da laufen wir kurz einmal gegen. Zack, wie ihr seht, haben wir damit eins von zwei. Wenn jetzt hier auf der Insel nichts mehr sein sollte, bewegt ihr euch einfach hier am anderen Strand entlang, also beziehungsweise hier auf dem Festland. Dann haben wir hier auch einen großen Strandball. Ihr könnt auch sofort hier landen und das dann machen. Wie gesagt, laufen wir hier einfach am Strand entlang. Früher oder später kommt dann ein kleiner Ball. Da vorne habe ich gerade auch schon einen gesehen. So, hier kurz zum Wasser hin. Und dann haben wir hier unseren kleinen Ball, beziehungsweise den normalen Strandball. Wieder kurz gegenlaufen. Zack, und wie ihr seht, haben wir damit zwei von zwei. Und damit wäre der Auftrag dann auch schon abgeschlossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin sehen wir uns zum nächsten Clip. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020